Ja, hallo zusammen. Ich bin der Uwe Lehmann und seit 40 Jahren deutschlandweit auf Messen unterwegs. Und die Frage, warum ich mir immer die Mühe mache und morgens den Leuten auf Facebook oder Instagram meinen schönen guten Morgen wünsche, ich finde es einfach nicht schlecht, wenn man die Welt versucht, ein bisschen besser zu machen. Viele sind immer so negativ und missmutig und ich finde, man kann auch genau das Gegenteil machen. Man kann froh sein, wenn man morgens aufsteht, man ist gesund, es geht einem gut, man kann essen, trinken, hat ein Dach über dem Kopf und vor allen Dingen, man ist gesund. Und da finde ich es toll, wenn man ein bisschen was machen kann, so als kleines Gegenstück zu den vielen, vielen negativen Gedanken, die leider zurzeit überall rumschwirren. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine Mission und ich finde das Beste, irgendwann gehen wir ja alle mal von dieser Welt und ich finde das Beste, was man irgendwie hinterlassen kann, dass es Menschen gibt, die sich dann gerne an dich erinnern und sagen, ach Mensch, der hat immer so nette Sachen gemacht, so schöne Fotos oder Filmchen oder lustige Sachen gemacht. Und das finde ich eigentlich toll. Darüber hinaus finde ich, wenn ihr irgendjemandem was Gutes tun wollt, dann macht das einfach, solange die Leute noch leben. Hinterher am Grab zu stehen, zu jammern, das macht überhaupt keinen Zweck. Also es ist viel schöner, die Leute haben noch was davon zu Lebzeiten. Also tut Gutes und verbreitet Liebe und gute Laune vor allen Dingen, das finde ich persönlich ganz wichtig. Mehr Liebe in der Welt.